Am 15. März startet Let's Dance in die 12. Staffel. Diese prominenten Kandidaten schreiben schon jetzt Geschichte. Am 15. März fällt der Startschuss für die 12. Staffel der beliebten RTL-Show Let's Dance. In der großen Kennenlernfolge am heutigen Freitagabend erfahren die 14 prominenten Kandidaten, mit wem sie in den nächsten Wochen übers Parkett wirbeln dürfen. Neben Daniel Hartwig 40 führt Viktoria Swarovski 25 wieder durch die Show, während die altbewährte Jury aus Joachim Jambi 54, Mo Zimabuse 37 und Jorge González 51 die K-Sekunden können der Stars bewertet. In diesem Jahr warten auf die Zuschauer ein paar ganz besondere Kandidaten, die es so in der Geschichte von Let's Dance noch nie gegeben hat. Kerstin Ott tanzt mit einer Frau Zum ersten Mal in der Let's Dance-Geschichte wird eine Frau mit einer Frau über das Tanzparkett schweben. Die lesbische Sängerin Kerstin Ott 37 bekommt eine Profitänzerin zur Seite gestellt und muss sich auf dem Tanzparkett in die Rolle des Mannes versetzen. Dass sie eine Tanzpartnerin und keinen männlichen Tanzpartner bekommt, war für die Sängerin, die mit dem Song, die immer lacht, die Charts stürmte, Voraussetzung für ihre Teilnahme. Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen. Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz, Ott ist für viele aufgrund ihres offenen Umgangs mit ihrer Homosexualität zum Vorbild geworden. Mit ihrer langjährigen Partnerin Karleina ging sie im August 2017 eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Im Oktober desselben Jahres ließen sie diese in eine Ehe umschreiben. Das Paar hat zwei Kinder. Benjamin Piwiko ist der erste gehörlose Kandidat mit Benjamin Piwiko 38 tritt zum ersten Mal ein gehörloser Kandidat bei der Tanzshow an. Der professionelle Kampfkunstsportler und Schauspieler verlor durch eine Virusinfektion mit acht Monaten sein Gehör. Auch wenn ich den Takt nicht höre, kann ich ihn ja sehen, zum Beispiel an den Bewegungen meiner Tanzpartnerin, erklärte er im Vorfeld im Gespräch mit Spot on News. Dadurch, dass ich nicht hören kann, bin ich sehr sensibel, was auch nur die kleinste Regung des Körpers angeht und kann dementsprechend reagieren. Als Schauspieler war Piwiko unter anderem im Tatort, Totenstille, in der Rolle als Ben Lehrer zu sehen. Er war der erste Gehörlose, dem in dem Krimi-Dauerbrenner eine Hauptrolle zuteil wurde. Vor seinem Let's Dance-Abenteuer hat er Respekt, ich bin ja der erste gehörlose Kandidat in Deutschland. Da möchte ich natürlich niemanden enttäuschen, sondern zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man sich traut und immer wieder Neues wagt. Nazan Ekes, von der Moderatorin zur Kandidatin sowohl Sylvie Mais40 als auch Viktoria Swarovski waren vor ihrem Job als Let's Dance-Moderatorinnen selbst Kandidatinnen in der Show. Mais nahm 2010 an der dritten Staffel teil und erreichte den zweiten Platz. Ab der vierten Staffel moderierte sie dann an der Seite von Daniel Hartwig, Let's Dance. 2018 wurde sie überraschend durch Swarovski ersetzt, die 2016 die neunte Staffel gewinnen konnte. Moderatorin Nazan Ekes 42 geht nun den umgekehrten Weg. Die Moderatorin führte sie durch die ersten drei Let's Dance-Staffeln und kehrt nun in der zwölften Staffel als Kandidatin zurück. Die zweifache Mutter weiß nur zu gut, was sie erwartet, das ist wirklich viel Arbeit über Wochen und vielleicht sogar Monate, gibt sie zu bedenken. Doch für sie sei Let's Dance immer noch die schönste Show im deutschen Fernsehen. Barbara Becker Der Unterschied zu Barbara Lillie war während ihrer Teilnahme sogar noch mit Boris liiert. Zwei Jahre später, in der neunten Staffel im Jahr 2016, nahm mit Elisandra Meyer-Wölden 35 eine weitere Becker verflossene an der TV-Show teil. Sie ertanzte sich immerhin noch einen siebten Rang. Meyer-Wölden war im Jahr 2008 für einige Monate mit dem ehemaligen Weltranglisten ersten verlobt. Die übrigen Kandidaten für jede Menge Lacher dürfte sicherlich Oliver Pocher 41 sorgen. Der Comedian ist schließlich nie um einen Spruch verlegen, das dürfte auch Chef-Juror Joachim Jambi zu spüren bekommen. Und der 41-Jährige bringt sogar Tanzerfahrung mit. Im November 2016 nahm Pocher an der PoSieben-Show Deutschland tanzt teil, wo er den zweiten Platz erreichte. Weitere Kandidaten der zwölften Staffel sind die amtierende Dschungelkönigin Eveline Bodecki 30, Schlagersängerin Ella Endlich 34, Schauspieler Jan Hartmann 38, Sänger Lukas Rieger 19, Comedian Özcan Kosa 37, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt 38, Modedesigner Thomas Rath 52, GZSZ-Star Ulrike Frank 50 und Profi-Handballer Pascal Hens 38. OBR-Spot hättet ihr es gewusst. Diese Stars waren wirklich mal bei Let's Dance dabei.